Aber auch das macht genug Spaß. So, okay. Jetzt bin ich dann wieder quasi auf der Kuppel. Da will ich aber gar nicht hin. Sondern. Ich kam nur da unten durch, ne? Oder ich geh von oben durch die Kuppel. Ich versuch nämlich links die Wand hochzuklettern, aber ich schätze mal nicht, dass es... Ich glaub nicht, dass es funktioniert. Ansonsten mach ich einfach mal den Panther-Scheiß. Schnauze. Bop, bop. Ups, Entschuldigung. Und so, gut. So, was ich jetzt vorhab. Ich hoffe mal, es funktioniert. Ich hoffe nicht, dass da irgendwie Strom ist oder Stacheln oder beides. Ne, schaff ich nicht. Fuck! Ist doch Käse, ist das. Ja, gut. Dann guck ich mal, wo mich der Panther-Lauf hinbringt. Ich bin sehr gespannt. Weil ich kann ja quasi jetzt das freischalten. Ich bin wirklich gespannt, wo ich den Außenbezirken von Kasach... Jetzt bin ich wie im Gefängnis? Wat? Schade. Ich dachte, der bringt mich irgendwo hin, wo es mir gefällt. Das magnetische Plasma-Katabrik kann feinde lähmen. Das hab ich auch noch nicht gefunden, ne? Wäre so schön gut, dass ich jetzt hier bin. Bring mir leider nix. Scheiße, ey. Ah, so ein Dreck. Ja, dann machen wir Dreck nochmal. Wieder zurück. Ich hoffe, ich komme jetzt auch wieder hier in die Palast-Scheiße. Platz des Monuments, genau. Aber ich hab doch gerade einen Weg gesehen, wo ich mir dachte, wenn ich da weiter ginge, dann müsste das ja vielleicht funktionieren. Ich hab gerade irgendwie das Geräusch von einer Trophäe im Ohr gehabt, aber ich hab ja keine bekommen. Ich glaub, so langsam drehe ich durch. Ja, es ist natürlich ein bisschen langweilig für euch. Da tut mir auch sehr leid. Aber ihr kennt mich. Ich kann das nicht unerledigt lassen. So, ich will das Scheißding nach unten haben. Wie krieg ich das Scheißding nach unten? Ich schätze mal, wenn ich über hier unten... Ich weiß nicht, warum ich da nix nicht weitergegangen bin. Ich kann's nicht sagen. Das heißt, ich werde da jetzt einfach mal hingehen. Ich kann mich dann hier vielleicht fallen lassen. So. Ist doch schon mal gut. Wann mal runter, ey. Ach, komm. Stell dich so an. So. Okay. Mit einer Etage tiefer muss ich. Ich mag das immer, wenn der vor allem anfängt, bei mir zu schreien. Ja, was ich jetzt auch, äh, abgesehen von Killzone, äh, noch vorhaben, weil das würde ich ja schon in ihrem Platinieren. Da würde ich ja viel über Trophäen und allem drüber und dran, ne? Äh, danach würde ich gerne The Order spielen für Playstation 4. Das hab ich nämlich nicht. Also, ich hab's schon, aber ich hab's noch nie gespielt und ich weiß auch gar nichts darüber. Deswegen ist das ganz interessant für mich. Okay, du kriegst Schildfeuer ab, du kleines Kackviech. Okay, der geht da so schnell dicht. Hier bin ich richtig, ne? Jo. Hm. Ach so, okay. Moment. Jawohl. So, das heißt einmal hier rum. Das kann natürlich sein, dass ich hier nicht weiterkam. Das ist so gefahren, die Bahn. Das war doch nicht so schlimm. Beziehungsweise ich stand auf der fahrende Bahn, Himmel. Ja, oder ich nehme mal wieder das normale Schwert. Tschüssi-Tschüssi-Tschüssi-Tschüssi-Tschüssi-Tschüssi. Schön, dass da gerade keine Bahn kam. Wunderbar, okay. Rasen, ich bin in Ruhe. Ach, ich kann da einfach... Ich hätte doch über die Decke gehen können. Warum habe ich das denn nicht gemacht? Ich bin ja schon manchmal ein faules Stück, ne? Und hier war ich offensichtlich noch nie Ich hätte schon irgendwas viel, viel mehr haben können Jungs, Jungs, ja Was ist das? Heilung! Ja, wunderbar Da haben wir sie jetzt fast alle Gut, dafür hat es jetzt wiederum gelohnt Okay, jetzt muss ich nochmal einen halben Kilometer zurückgehen Aber ist doch nicht schlimm Der geht ja fix Okay, ich überspringe nicht einfach Du kannst mich mal Bitte keine Bahn Dankeschön Ja Käse Ach, da kann man sogar so durchrennen Hätte ich mir jetzt springen ja sparen können Na okay, das funktioniert so nicht, wie ich mir das vorstelle Naja Das wäre voll toll, wenn man es hier wirklich so eine Transportfunktion gäbe Das ist auch so voll, Leute wie ich hiermit klarkommen würden Okay, weil hier können Ich muss jetzt erstmal wieder vom Ziel weggehen War ich denn da schon mal, wo das Objekt der Begierde sein soll? Das würde mich mal interessieren Lass mich in Ruhe Ich will nicht kämpfen Ich muss kämpfen Schade Na ja, jetzt muss ich hier einmal raus Hüpp Ach, da ging es raus Okay Jut, jut So, wunderbar Ich will jetzt nur noch einen Heil-Upgrade Dann haben wir sie alle Und von den restlichen Upgrades weiß ich gerade gar nicht Ich glaube von der maximalen Energie habe ich Da fehlen mir noch ein paar Wenn ich mir das mal so angucke Ich brauche nehmen wir den mit So, okay Das heißt, da müssen wir jetzt nach Irgendwohin Ich folge mal dem Pfeil So, das ist das Einfachste, was ich jetzt erstmal machen kann Okay Ich weiß nicht, ob ich hier auf der Map überhaupt richtig bin Das ist ja schon der Traurige Ich geh mal oben lang Und jetzt mal wenigstens wieder eine Freiheit So, ah, okay Jetzt bin ich zumindest wieder im historischen Distrikt Das ist schon mal gut Äh Hoch Ansonsten fehlt mir hier jetzt gerade nicht mehr so wirklich was, ne Es gibt doch keinen Gang, wo ich jetzt Also, den ich jetzt spontan entdecke, wo ich mir denke Yo, da war es noch nicht Aber was war hier unten Na, egal Später irgendwann Ich will mal geschwommen, ob ich überhaupt irgendein Level schaffe Wo ich dann hinterher 100% habe Oh mein Gott Oh, Alter Da ist mich jetzt aber ordentlich erwischt Das ist ein Drecksau BAM, MOTHERFUCKER Ja, komm, nimm mal den hier Dann können wir es nochmal aufladen So, okay Jetzt haben wir es auch echt nicht mehr weit, ne Okay Ich enttraf dich nicht So Ja, du interessierst mich nicht Interessierst mich auch nicht Nee, da ist auch nichts Interessantes offensichtlich Oder muss ich jetzt fliegen Nein Ah, wir sind aber gleich da Hä? Hä? Moment Du musst genau auf diesem Punkt sein Was? Ich verstehe es nicht Tut mir leid Ah, das ist schon mal cool So Okay, ich habe jetzt irgendwie die Karte gewechselt Ich weiß nur nicht genau Ich weiß nicht, ob das mich jetzt nach hinten bringt Quasi In die andere Perspektive Sieht aber so aus Ach, Gott sei Dank Ich dachte schon, ey War hier irgendwas? Ah, da war eine Feuertür Okay Aber sonst kein Upgrade Bleh Uruburus MK3 The Dragon Returns Na klar, es ist jetzt mal ein scheiß Bosskombus, ne Komm her, du Sau Schade Oh Achso Den soll ich nehmen Muss ich aber eigentlich nicht, oder? Kann ich doch so machen, wie ich will Ja, schieß ruhig deine Kotze überall hin Interessiert mich nicht Was zum Wie, das war es schon Ich kann ruhig mal ein bisschen länger hier chillen, ey Sau, der hat ja fünf Jahre, bis er was Not ist Oh, ich spuck wieder Alter, der hat mich aber jetzt ordentlich Aber so richtig ordentlich gefetzt Ja, sowieso ganz, äh Bin ich ja jetzt noch nicht mit dem Warm geworden, ne Ja, das ist nicht so schlimm Oh, Alter, okay Ich hab doch nie die Einschüsse da gesehen Ja, gut, in der Ecke scheint ich auf jeden Fall geschützt zu sein Alter Ich bin so tot, ne Hatte ich sehr viel, wie ich abgezogen bekommen hab Boah Das ist heftig Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll Ich bin sehr schade Ernsthaft Wo soll ich denn einfach hier unten bleiben Ne, auch keine Chance Hm, okay, wie kann ich den besiegen jetzt Das würde mich jetzt mal schon hart interessieren Also, beziehungsweise wie ich dem Eisattacker am besten ausweichen kann Pfff Und vor allem, wie soll ich den dann währenddessen treffen Na, ich bin ja, ich bin ja nur ganz, ganz weit weg Achso, ich bin doch gar nicht da, wo ich hin soll Hab ich verstanden Aber das ist auf jeden Fall mal ein härterer End, geh ich, ne Ja, ist okay Wir kennen dich doch schon Komm Naja, immerhin ein bisschen Oh was, direkt nochmal Das kenn ich ja von dir gar nicht Hm, naja, gut Komm, schieß deinen Scheiß Oh mein Gott Ich will auch so mächtige Sachen haben, wie der Scheiße War wieder dumm von mir Also 10% ziehe ich, glaub ich, so ungefähr ab Kommt das hin? Ja, nicht ganz Okay Ah, das, das war gut Kopf Oh mein Gott Ja, das war doch nicht so geil Ich hab einiges mehr rausholen können Ui Boah, das war knapp Das wird ein müßiger Kampf werden Das ist, da brauchen wir Ausdauer Und ich will, dass der wieder seinen, seinen ersten Move macht Und nicht den anderen Scheiß Ah, cool Oh, der hat richtig gezeckt Richtig gut Der war ja mal Das will ich immer so machen Äh Äh Komm Ich zerstöre ihn Schneide ihm den Kopf ab Okay, wo bist du jetzt? Ich wollte sagen, jetzt mal Raketen oder was? Also der ist doch nicht so schwer, wie ich dachte Also ich lass mich da in Ruhe Ich bin in der Ecke total sicher Echt außer vor dem Eisscheiß Achso, ich dachte, der kommt jetzt nach vorne wieder Naja, ist okay Schieß deine Raketen Jetzt rotst du deinen Scheiß Oder auch nicht Lass dich töten Nochmal Oh Mann Nehmen wir den Eltern zum Kreis Move, den brauch ich eigentlich gar nicht hier Oh mein Gott Ui Okay Und töten Yes Ich hab dich mit Feuer getötet, Junge Drachentöter Ah, ein Traum Ein Traum Beschaffe dir das ultrakalte Plasma Hab ich noch nicht gemacht Jetzt aber Ultrakalte Schiffre Mehrere Schiffreangriffe lassen Feinde erstarren Aufgeladene Angriffe lassen Feinde sofort erstarren Nach unten zum Ausrüsten Okay Schauen wir uns das nochmal an Höh